Obwohl wir beide nicht draufgekommen sind. Ah! Ja, ich konnte es doch nicht sehen. Ich konnte nicht sehen, was du da hinten so siehst. Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Das ist nett, danke. Doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Sehr gut. Ah! Wow. Was ist das? Da kommt was runter. Ii! Warum tut es das? Ich weiß nicht, ob wir beide hier sein müssen. Aha! Ja, du solltest ja auch nicht da runter. Du standst da genau richtig. Ich dachte, jetzt mache ich dir da mal eben eine Brücke und dann läufst du los. Das war gut. Ja, aber wir müssen doch irgendwas von dem Knopf da noch machen. Und vielleicht kann einer von uns erstmal da hoch. Äh, wie denn? Wie sollen wir denn da hochkommen? Wo hoch? Da zum Exit. Da. Nee, da kommst du nicht hoch. Klar kommst du da hoch. Wie willst du da hochkommen? Du kannst doch immer das Portal weitersetzen, sodass der Ding jetzt immer höher ist. Dass du springst und höher setzt, springst und höher setzt und irgendwann bist du oben. Do you know what I mean? Ja, ich glaube aber nicht, dass das geht. Warte. Dann lass mich die Portale machen. Dann kannst du nämlich selbst springen und das machen. So. Gehst du? Hm. Kannst du es nur gucken? Ich glaube nämlich nicht, dass das geht. Okay, so hoch kommt man nicht. Okay, das ist doof. Aber warte mal. Äh, ähm. Das Rote kann ich ja versetzen, ohne dass was passiert, ne? Ja. Ja. Das ist ja richtig krass. Jetzt kann ich hier durch die Gegend laufen, ohne dass es was bringt. Cool. Geil. Aber warte mal. Bleib da mal stehen. Warte mal. Bleib da. Ja, ne, das bringt nichts. Ne. Ich dachte, ich kann das eventuell. Doch, man kann da bestimmt hochspringen. Doch. Ja, okay. Ah! Okay. Ach, halt's Maul. Und jetzt müsste das doch eigentlich, wenn ich das... Warte mal, wo ist das Ding? Nein, du musst das weiter hier hin machen. So, ne? Ähm. Ja, genau, hier da. Okay, pass auf. Oder? Ja, da kam jetzt eine Menge drauf, ne? Ich befürchte aber, dass es noch nicht reicht. Ich kann dich retten, falls es nicht reicht. Ich kann einfach das Portal setzen. Warte. Sehr gut. Das war nicht so leicht, muss ich zugeben. Was meinst du? Ähm, da hochzukommen mit dem... Der Sprung war nicht so einfach. Ja. Probier mal aus. Ja. So, aber du... Kannst du da irgendwas... Ach so, einfach nur Exit. Du musst hier hochkommen. Ach, einfach nur Exit, wie dumm. Ja. Vielleicht geht das ja auch so, dann ist es näher dran. Nochmal. Ja, das ist ein bisschen klein, ne? Und der Flatschen näher drauf ist. Okay, und der Flatschen ist immer wieder weg, ne? Da ist jetzt nix drauf. Kann das jetzt gar nix? Ich wollte gerade sagen. Ist auch zu klein, ne? Du kannst ja ausprobieren, vielleicht reicht das zu wapfen. Da kann auch nix. Da ist wieder ein kleines zu wapfen, du kannst gerne ausprobieren, das reicht. Der kleine zu wapfen. Das wird nicht mehr. Also, jetzt mal gerade springen. Ja, okay. Jetzt... Geh mal wieder runter davon. Ja, Mist. Ich wollte nur ein Stück... Ich wollte nur... Warte doch mal. Ich wollte doch nur ein Stück nach vorne. Chill doch mal. Ich wollte ein Stück nach vorne laufen. Um dann quasi an den Rand zu kommen von dem Ding und dann springen. So. Wank. Wank. Hallo? Ist man die natzen? Ah ja. Da war der. Flatschen. Oh, ne. Das, äh... War ein Bug. Jetzt aber. So, dann erklär doch. Alter Mann. Du gehst jetzt so weit zurück, wie du kannst, aber halt schräg. Ne. Du musst so nach da ungefähr. Ja, mach ich doch. So weit zurück, wie ich kann. Also komplett hier. Ne, an den Rand. So weit wie möglich an den Rand musst du dran. Und dann musst du, ähm, beim, also du musst laufen und da drauf springen, aber halt so in der, in der Linie, dass du halt dann hier drauf kommst, weißt du? Halt so halbschräg. Quasi ein längerer Weg. Genau. Schräg springen hätte, glaub ich, auch gereicht. Ich dachte, gerade springen wär besser. Ne, das ging ja leider nicht. Eins. Ja, es geht nicht. Okay. Da hinten. Da. Geh ich durch? Geh ich durch? Kannst du die Portale setzen? Welche? Achso, nee, stimmt gar nicht. Blödsinn, du kannst auch durchgehen. Du musst mich nur vorbeilassen. Was? Ey, ey. So. Mein Gott. Voll drauf gepöbelt. Okay. Gut, ne? Nicht weg, nicht da durchgehen, ne? Ne, ne, tu ich nicht. Okay, warte, jetzt setze ich dir die? Da. Du musst vielleicht einmal... Okay, das war extra anscheinend. Ne, ich dachte, ich könnte da an die Rand springen. Okay, ich kann das Portal da aber nicht. Da kannst du nichts setzen? Ah, da. Ich hab jetzt erstmal das andere versucht. Das geht so. Jetzt kannst du es genau so machen wie ich. Juhu, fertig! Ne, kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich nicht durchkomme. Aber wieso nicht? Weil dein Portal da aufhört. What? Geh mal auf das, ähm... Nein, ich werde mich nicht da hinstellen. Nein, 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 du... So, dass ich, äh, das Gelbe, das macht dir jetzt nichts, ne? Ne, du kannst mich alles... Jetzt? ...möppig dir wegmachen, ja genau. Na, das ist aber schlecht. Wieso? Ist alles gut? Geht so. Weil wenn ich das jetzt hier weg... Moment, ne, ich muss das da hin machen. Und das kann ich nicht, weil ich dann nicht durchschießen kann. Hm, hier ist noch ein Portal übrigens. Hier kannst du noch. Ja. Wenn du durchgehst. Oh, Attention. Oh, Attention. Bist du nicht schnell genug dann, oder wie? Nein, geht nicht. Okay, bist du nicht schnell genug. Du müsstest einfach nur versuchen, das Gelbe dort... ...so zu machen, dass ich da durchgehen kann. Ja. War schon richtig. Oh, ja. Ne, ich kann den Knopf nicht mehr drücken. Aber brauchst du doch auch gar nicht. Wenn du von hier runter springst, guck mal, wie hoch du springst, wenn du da drauf landest. Okay, das ist nicht besonders viel. Nein, das reicht nicht. Das muss wieder hier drauf sein, wieder so, wie das bei dir auch war. Nicht da ein Portal setzen. Oh ja, kann nicht. Bringt mir aber nicht viel. Ich wollte gerade sagen, das konntest du ja gerade schon. Ja. Ähm. Hm. Das ist doofes, aber ich muss dir auf jeden Fall zwei Portale machen links. Also ich kann dir nicht nur eins machen, sonst... Ja, ich weiß wohl. Hm. Das wäre auch zu einfach gewesen. Das hätte mich jetzt stark gewundert. Ah. Was ist denn das? Ah, nein. Ach so, da komme ich da nicht dran. Ähm. Das gelbe kann ich ja wegsetzen, rein theoretisch, ne? Ne, kann ich nicht. Ich kann gar nichts wegsetzen. Ne, du kannst es gar nichts wegsetzen. Ich kann auch nichts wegsetzen. Fallisch. Na gut, dann fällst du auf die Plattform. Ah! Geh mal auf die Plattform. Ah ne, obwohl... Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Jetzt? Ähm. Warte. Du bist ja jetzt safe, ne? Ja. Kann ich nicht... Ich versuch grad, dass ich hier irgendwie... Aber hier gibt's ja auch keine... Ah, warte mal. Ähm. Hier gibt's noch so ein komisches anderes Portal hier. Wenn du mal Tab drückst. Ja, ich seh das. Ähm. Damit kann ich. Ah, ne. Ich... Glaube ich... Glaube ich hab's. Glaube ich. Oder auch nicht. Ähm. Warte mal. Wurde nachschauen. Verdammt, ich komm nur von da da dran. Wie gesagt, da ist noch ne Plattform. Da kann man noch was dran schießen. Das muss ja irgendwie was... Weil da geht ja nicht einfach nur so... Ne, ich weiß schon. Und zwar... Ist egal, wie ich das mache. Huch. Ja, okay. So ist auch gut. Ähm. Ne. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Und zwar... Ist das... Ich würd' ja... Der... Jetzt... Wenn wir jetzt den Knopf drücken, schleimen wir nämlich das Standardding voll und können von da... Weißt du? Dann fällt... Der Schleim fällt da durch, kommt da oben raus, fällt auf das Standardteil, was immer da ist. Und wir können da einfach hochspringen. Wo war denn der Knopf? Ach da. Richtig? Ja. Ach, sehr gut. So, versuch's. Mist. Wir können da eine Barriere bauen. Okay. Das heißt, wir sterben. Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ach. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Warte, jetzt da oben hin. Das wird lustig! Warte mal. Und wir müssen irgendwie da hin, bitte? Äh, hier kommt ein Blob hochgeflogen. Ja, ja. Gut, ne? Ähm. Warte. Was? So, warte, ich muss das nochmal kurz wegmachen. Ach, ne. Ey, ii. Das ist jetzt alles voll spritzen hier, oder was? Ii! Ii! Ich bin total blau! Ey! Haha! Warte mal. Wir müssen jetzt irgendwie springen, so hin und her, oder nicht? Mach mal... Mach mal dein blaues... Ja, genau. Warte. Nein, so schmalig. Ja! Hm, wie bist du jetzt gesprungen? Von der oberen Plattform. Du musst erst da hoch. Warte. Warte. Das kannst du ja nochmal setzen, ne? So, geh mal da rein. Jetzt setzt dein hellblaues unten auf mein gelbes. Dahin. Und dann springst du da runter. Juhu! Yeah. Juhu, nochmal. Okay. Hier ist ein Knob. Wo ist das Ding? Da, oh. Okay. Da ist das Vieh. Hm. Na, hier kann ich nicht mehr machen. Na, na, dann geht's auch nicht. Das sah jetzt gut aus. Dann geh doch einfach rüber. Warte. 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 Okay, äh... Warte. Drück nochmal Knöpfchen. Ich denke mal, das ist das selbe Prinzip. Drück nochmal. Warte. Okay. Hm. Ja, weil einfach dran springen ist, glaube ich nicht. Kannst du mir das Ding ein bisschen weiter nach rechts oder links packen? Warte, ich muss kurz gucken, was ist das? Ja, das müsste mittig sein. Ja, noch ein Stück. Ja, noch ein Stück. Nee, ich muss an eine Seite dran. Okay. Noch ein Stück. Okay. Au, ja. Sollte ich vielleicht auch zielen, ne? Dann klappt das vielleicht auch. Ja, dann sollen sie sterben. Ja. Wir werden ja hier wieder gelöscht. Aber vorhin hast du noch erzählt, wie klein... Willst du mal springen? Warte mal. Warte, 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 warte. Ich muss erst die Portale ändern. So. Ich muss einfach rüber. Und an beiden Seiten ist Matschimatsch. Und dann musst du jetzt einfach von rechts nach links, bis du oben bist. Also du musst links hin springen, da dran. Und dann geht das immer... Döp, döp, döp. Hui, und jetzt? Hier ist Exit. Okay, das ist schon mal gut. Ähm, vielleicht müssen wir jetzt auch was mit den Äußeren hier machen. Hi. Vielleicht hier oben irgendwie was? Ich hab da oben leider nix. Das einzige, was ich machen kann, ist... ...hier die Portale zu setzen. Glaube ich. Weiß ich noch nicht. Warte mal. Ich komme das Portal da nicht dran. Du kannst, aber du kannst doch bestimmt... Kannst du nicht da hinlaufen? Wohin? Ähm, wenn du jetzt auf diesem Ding hier läufst... Kann ich das nicht umdrehen? Das ist ja total doof. Nein, aber kannst du nicht laufen. Ähm, weil sonst hättest du mir nämlich... Du meintest, hättest du da hinschießen müssen? Ja, auch das ist ja... Nee, das ist ja senkrecht. Das ist ja noch blöder. Genau, das ist das. Es sei denn... Obwohl... Doch, das könnte hinhauen. Warte mal. ...warte mal. Wir sind ja... Wir sind ja... Untertitelung des ZDF, 2020